Heute haben wir hier mal wieder ein ganz klassisches Experiment für euch. Wir wollen euch nämlich zeigen, wie ihr Stärke in Lebensmitteln nachweisen könnt. Herzlich willkommen beim Forscherteam der GUP. Für einen klassischen Stärkenachweis braucht eine ganz besondere Chemikalie, nämlich eine Jodlösung. Wir verwenden hier ganz klassisch eine sogenannte Lugolsche Lösung, dass auch Jod drin enthalten. Ihr könnt euch aber auch aus der Hypothek generell eine Jodlösung besorgen oder auch eine Jodseibe, die einfach mit ein bisschen Wasser anrührt, damit ihr auch eine Flüssigkeit zur Verfügung habt. Und was sie dann noch brauchen, sind natürlich Proben, die wir gerne untersuchen möchten. Wir haben uns hier in der letzten Zeit sehr mit Kartoffeln beschäftigt, deswegen werden wir zuerst mal die Kartoffelstärke als sogenannte Vergleichsprobe verwenden. Wenn hier Stärke draufsteht, wird hoffentlich auch Stärke drin sein, deswegen werden wir gleich erstmal gucken, wie eigentlich unsere Reaktion aussehen sollte, die diese Jodlösung hier hervorruft. Wenn ihr erstmal so guckt, dann ist hier ein Röhrchen mit so einer bräunlichen, orangenen Lösung drin. Die werden wir jetzt gleich mal zu unserer Stärke geben und uns die Reaktion angucken. Also nehme ich erstmal ein Löffelchen von unserer Kartoffelstärke, hier meine Schale und tropfe dann mal etwas von unserem Jodreagenz dazu und ihr werdet sehen, das Ganze verfärbt sich sofort ganz dunkel schwarz. Manchmal scheint es auch so ein bisschen lila-violett, aber hier haben wir ganz viel Stärke drin enthalten, deswegen haben wir auch eine ganz dunkle Reaktion hier vorliegen. So soll nachher unsere Stärke-Nachweisreaktion auch in anderen Lebensmitteln aussehen, wenn sie positiv ist. Es ist natürlich auch noch spannend, wie das Ganze aussieht, wenn keine Stärke vorhanden ist. Jetzt machen wir die sogenannte Blindprobe. Jetzt nehmen wir einfach mal ein bisschen reines Leitungswasser in unser Schüsselchen und geben da mal unsere Lösung hinzu. Und ihr seht, das Ganze hat so einen braun-orangenen Ton. So sieht es also aus, wenn keine Stärke enthalten ist. Und hier nochmal beide Proben zum Vergleich. Da wir jetzt ja wissen, wie unsere Proben aussehen, wenn sie positiv oder negativ sind. Das heißt, wenn sie Stärke enthalten oder keine Stärke enthalten, können wir jetzt gleich loslegen mit unserer Testreihe. Aber vorweg noch ganz wichtig, liebe Eltern, ihr müsst natürlich dabei sein, wenn eure Kinder mit Chemikalien experimentieren. Guckt ihnen einfach über die Schulter und passt auf, dass nichts passiert. So, jetzt interessiert uns natürlich zuallererst unsere Kartoffel, die wir jetzt schon so arg erforscht haben. Jetzt wollen wir wissen, ob hier wirklich auch in der rohen Kartoffel Stärke enthalten ist. Also nehme ich meine Lösung und gebe einfach mal ein paar Tropfen da drauf. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und wirklich, es sind ganz klar dunkle Stellen zu erkennen, nicht ganz so stark wie bei dem Stärkepulver. Aber ihr seht, dass hier wirklich Stärke auch in der rohen Kartoffel enthalten ist. Als nächste Probe haben wir uns Mehl ausgesucht, Weizenmehl. Wir haben hier auch noch ein paar Weizenkörner, die wir einfach im Mörser ein bisschen angedrückt haben. Was meint ihr? Stärke enthalten oder nicht? Wir probieren es und hier kann man ganz deutlich sehen, dass die Reaktion positiv ausfällt. Unser Brot wurde ja aus Weizenmehl gemacht. Mal gucken, was meint ihr? Ganz klar natürlich eine positive Reaktion. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen spannender. Jetzt haben wir hier nämlich Salz, ein Stückchen Apfel und Zucker stehen. Wie es da wohl ist, man sieht es den Proben von außen nicht an. Damit die Reaktion noch deutlicher wird, nehme ich meine Pipette und nehme ein bisschen was von der verdünnten Lösung, dann könnt ihr den Farbunterschied besser erkennen. Also ich nehme jetzt hier meine verdünnte Jodlösung, gebe sie zu Salz und ihr seht, da passiert rein gar nichts. Also in Salz scheint keine Stärke vorhanden zu sein. Hier sieht es bei Zucker aus und auch bei Zucker ist die Probe absolut negativ. Jetzt als letztes testen wir noch mal den Apfel. Wenn man beim Apfel ganz genau hinschaut, kann man sehen, dass nach einiger Zeit doch ganz ganz kleine dunkle Verfärbung auftreten. Also ein ganz kleiner Stärkeanteil ist auch im Apfel vorhanden. Jetzt könnt ihr euch natürlich einfach mal durchtesten, könnt alle möglichen Lebensmittel ausprobieren. Jetzt könnt ihr mal ein Stückchen Gurke nehmen, eine Weintraube, ein Gummibärchen, was euch gerade so in die Hände fällt. Ihr fällt bestimmt was ein, ihr seid ihr schließlich Forscher. Ja, diese positive Verfärbung der Jodlösung beruht übrigens darauf, dass die Stärkemoleküle so ringförmig oder helixförmig, röhrenförmig aufgebaut sind. Da drin können sich dann die Jodteilchen einschließen und dann habt ihr einen Jodstärkekomplex, der so dunkel oder lila gefärbt ist. Ja, und jetzt wünschen wir euch einfach viel Spaß beim Forschen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Wir sagen euch tschüss, bis zum nächsten Mal.